Braucht ihr Hilfe, oder braucht ihr keine Hilfe? Nein, normal nicht. Oh, eigentlich schon, ich hab keine Mets. Digga, Lennart, ich hab den einen, und jetzt hab ich den zweiten. Marian-Coach-Schmalte in Fortnite. Scheiße, der unten lasert mich vielleicht. Achso, ne, der ist tot. Braucht ihr jetzt Hilfe? Nein! Ey, Marian-Coach-Schmalte in Fortnite. Ey, der andere ist bei uns hier, Matteo. Ey, wo? Oh, scheiße. Du bist gar nicht mehr bei mir. Ja, klar. Morin sagt gerade, du bist zu kacke. Schatz. Null, Mensch, ich komm da nicht hoch. Ich baue hoch. Ja, Marian, da hast du recht. Ja, scheiße. Jungs, du bist in Zone gleich. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Oh Mann, Marian. Vielleicht nicht. Sag mal, Marian ist einfach eine Legende. Nein, du bist eine Legende von Matteo. Wir haben Marian kürzlich getroffen. Wir haben gesagt, dass du ihm sagen soll, dass er dir sagen soll, dass du ein Süßling bist, äh, ein Feini bist. Ein Feini? Ja, er hat gesagt... Ey, wer hat das bei Sarah geschrieben? Eben, ich weiß. Weil Leonard ein sehr witziger Lingen ist. Oh Mann, ein witziger Lingen. Was? Scheiß, Chinese! Schmied, schmiedsgemerk, Schmiedsgemerk, Schmiedsgemerk. Oh Mann! Ich sehe ihn beim Steg! Er kriegt so ein Yacke, wenn ein No-Score-Ped-Shot, ne? Yacke, wenn ein No-Score-Ped-Shot! Oh, das sind Bots. Das ist ja langweilig. Warum verschwendest du deine inkompetente Füße von Munitionen? Das war ein Shot. Ey, Leonard, wie viel Muni hast du? Gar nicht viel. Ich hab viel. Ey, ich kann eilen, verpiss euch. Der Heli hat 500 HP, der Heli. Die Kacke machen aber. Ja, Moin! Ey, nein! Gebt jetzt Löfffische. Wieso willst du essen? Ey, irgendein Hurensohn hat den Heli angeschottet. Der Heli hat gar keine Leben. Juck doch. Junge, du dummer Spaß! Wir sind zu. Wir sind extrem im Arsch. Ey, fahr mal neben den Baum, ich fahr jetzt. Ey, ich muss wirklich fett scheißen, Digga. Wo bist du denn in den Baum? Ich hab' ausgespurt, ey, die merkt mir. Danke dafür. Ja, schön. Ja, ich komm. Ich klett die. Ja, ich mach' ausgespurt mit dem Maury. Oh, Lea, den Experiments, du musst los. Oh, muss los! Oh, Digga, ich muss so fett scheißen. Ja, das ist ein Zopper scheißen. Ja, der ist doch auch sohn. Jetzt wär' ernsthaft. No Front, aber... Warum was für No Fronts? Schön, Malte, mir hat das jetzt gejuckt. Ich... Jemand schottet? Ach, Maury, der dumme Hurensohn. Der ist neben mir explodiert. Ich hätte Schaden bekommen können, du dummer Blick. Ey, du hast aber keinen Schaden gekriegt. Ey, kann jemand auf mich aufpassen? Das musst du respektieren. Ja, Gregor, es tut mir leid. Das war sehr unvorsichtig von mir. Du bist dumm, ich würde mir die Zähne bringen, ja. So, ich geh jetzt schaden. Ich war sehr rücksichtslos. Ich hab' gar keinen Kill. Hast du der Mini für mich? Hast du der Mini? Ja. Immer. Oh, Lilan ist gar aus, noch mal ein Tschüss. Kiste, es schmeckt. Machen wir mal an, halt. Ich hab' schon eine A-O-O-Pinie. Ja, ich brauch' ne fucking Sniper irgendwo, man. Jetzt brauch' ich die Handwerke, Mann. Ich brauch' die Handwerke, Mann. Hey, Junge! Hast du ein Jagdgewehr? Ja, hab' ich. Weißt du, dass du mal was rein hast? Nee, danke, ich spieg über Yakuza. Sag mal, was ist das denn? Ja. Och, nö, hier sind Maradöre. Oh, geil. Hey, wenn die einen Rocket Launch haben, sag mal, ich hol den. Haben die. Ja, dann gib her. Ich spieg über Yakuza. Ich spieg über Yakuza. Dieser Laser Digga muss los. Ich komme. Hier ist der Rocket Launch. Und hier sind die Rockets. Ja, ich kann Splashy stacken. Ich kann aber Splashy. Warte, warte, warte. Ey, kann irgendwer Splashy stacken? Nein, nein. Hat noch der Rockets? Kannst du den System mitnehmen? Ey, oh mein Gott, ne Sniper endlich. Ich hab sechs Stinkys dabei, Digga. Ich furz hier so voll. Ja, ey, Stinkys nicht mitnehmen. Ja, man kann eh nur sechs mitnehmen. Soll ich, ich kann noch welche mitnehmen? Warte, ich hab das Jagd-Wert hier. By the way, äh, ich hab 12 Stinkys. Ich hab 12 Stinkys. Ich hab 12 Stinkys. Ja, brauchen wir nicht, wir müssen so, ne? Ah, warte, doch, warte, 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 warte. Dann kann ich jetzt Jagd-Warte, dann stack mal hier Minis. Jungs, ich hab noch einen Platz frei, also die Minis stack ich, und ich hätte gern noch Stinkys, falls welche über sind. Ja, warte, hier, warte, warte, stopp. Ja, hey, dann hier. Da sind noch, da sind noch Southpacks und den Wiedigenfalls, wenn wir geben können. Jetzt hab ich sechs. Oh, ich liebe Stinkys, ich bin so OP mit Stinkys hier, Motherfucker. Ich hab zwei Floppers, warum ist das noch zu viel? Dieser fette Autist hat bei Craigie Clips markiert. Oh, nee, mach das weg. Weil ich, oh. Boys. Autisten gefickter Motherfucker. Leg dir das, wo ist die Lama? Mach hier mal. Bildwerk. Mein Auge sind einfach geil. Und ich hol mir jetzt einen Platz. Jump-Hattet da jetzt einfach jemand? Ich hoffe. Nein. Aber ich hab noch einen. Ich hab gar keinen. Wieso hab ich keine Mets? Ach du heilige Mutter. Nee, ich hab einen Mets. Weil du wärst was bist. Deswegen brauch ich das Lama, weil ich keine Mets hab. Die kranken Autisten alle. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. Woden. Du bist tot? Ja. Nee, ich hab das Lama bekommen. Was? Du bist doch ins Wasser gefallen. Nein, ich bin, äh, ich dachte, da wäre Wasser. Ein dicker Zeta Autisten. Oh mein Gott, es hat gelackt. Ja, wahrscheinlich. Dieser ekelhafte, dreckige, perfekte Ohrensohn. Okay. Ähm, okay. Das sind einige, Deggah. Ich wurde angehört. Der Hurensöhner. Echt, weil ich keine Mets mehr hab. Ist das lächerlich. Deggah, deswegen keine Ego-Trips. Lennart noch nicht schießen. Ist das lächerlich. Ist das lächerlich. Mario, vielleicht holen wir dich. Vielleicht nicht. Können wir dich überhaupt noch irgendwo? Ja, Fancy fahren. Die wollen das Lama holen. Ach, das ist echt. Ja, wir wollen das Lama holen. Ey, wartet. Ich bin doch unterwegs. Der andere Minus. Der Einer ist. Der Einer ist. Da ist der Leut. Finischt ihn! Finischt ihn! Finischt ihn! Finischt ihn! Finischt ihn! Finischt ihn, ey Gregor. Finischt ihn, bitte. Und deswegen konnte ich nichts tun. Du bist wirklich wertloses Stück. Scheiße. Uh! Der Hurensohn. Auch sehr beschissen. Wie soll der Typ in der Fuss? Hab einen genockt? Das ist der Letzte. Kann ich sollen? Oh mein Gott. Finischt ihn! Finischt ihn! Finischt ihn! Der ist One-Hit, Digger. Also wenn der nicht One-Hit ist, Digger. Dann masturbierst du? Ja, nee. Mehr. Dann keine Ahnung. Digger, was für ein gräuniger Hurensohn. Wirklich, Mann. Schieß doch! Wir finden ihn! Wir fehlen uns aus Karma. Oh, Copy. Ich bin der Beste. Ja, bist du sicher. Mein Long Range A, mein Fahrt. Ja, hol seine Karte. Ey, kannst du mir die auch mitnehmen? Kannst du mir die auch mitnehmen? Danke. Ey, hast du gott mit? Ey, hier ist die Tommy Gun. Hier ist die Tommy Gun. Ja! Ey, Tommy Gun ist meine! Tommy Gun ist meine! Tommy Gun ist meine! Tommy Gun ist meine! Ja, ich will doch gar keine Tommy Gun. Regor bitte. Statt ins Ding ist so was. Ich hab keinen... Ja, okay. Und hier liegt noch eine Ska für irgendwen. Ah ja, danke. Ey, gib mir die Ska. Ey, gib mir die Ska! Ich will die ARL! Ich will die Ska! Ey, mir gehören die Scheiß- druck zu setzen du hohen sohn sorry das war zu viel danke dafür der gar ich möchte die ska bitte da ist ein hohen sohn wieder ich hab gar nichts ich habe nichts nicht einen scheiß mann ich habe die gegner geholt haben sie ist ein boot let's go alle hier ist ich habe ein ich habe keine ich habe nichts einer ist noch weit ich habe einen genockt und einer ist noch ich habe noch einen genockt ich weiß nicht ob ich die pushen soll wow ich wurde gesniped nein er ist ein hohen sohn männer du sprach sie kommen her das geht doch das stammt bitte alles es gibt alles am boni dann haben wir können nicht wenn sie sie guten wo ist deine mag ich habe schon die deutscher karte leute das wo ist ein bürger noch der liegt ja ich habe nur der neustadt mit dem wo ist er denn da wo ich weiß es doch nicht da wo wir gefeiert haben ich habe vier fucking air shots ich täte jetzt erst mal eine flosse man ihr seid alle dumm meine wir kriegen besuch da der tipp ist auch mal nicht weil der wohnung wir hatten den grüppler von uns ich habe ich habe erkennt ihr mich da nicht hast du hast du keine netz man die habe ich hier dahin gelegt war der erste krieger die genommen auch mein gott reger die metz genommen warte ich hole dich er hatte mein ganzes gut genau ich habe 11 ich brauche der schutz was ist ja kurz bewachen ich hier mich gerade ich habe sehr viel ich habe ich habe drei shotgun schutz danke deswegen brauche ich auch schott der muni reger wie viel schott der muni hast der legt der legt der legt halt die schnauzenware dann von wo du mama fucker digga ich töte gerade malte warum bist ich da die fucking so kommt doch ich bin schon wieder fast tot mann weil ich gerade ein verficktes team gefickt habe ich bin gerade auf 200 ich habe die mal 300 du mama fucker ich bin ja ich bin ja dann krieger ob wir dich wirklich jetzt wie gut meinst du das ja ok wenn du willst ich habe schon für dich davon sind doch gegner in dem boot ich bin so unglaublich autistisch gerade und ich muss das jetzt gewinnen das ist ja ja' ich schwa ich habe desertet ich bin ja